Na? Hättet ihr vor einem Monat gedacht, dass wir die BRS mal so vermissen werden? Kontaktsperre, kein Klopapier, Eltern im Homeoffice, oh Mann, das nervt. Es sind ungewohnte und schwierige Zeiten, die wir gerade alle erleben. Aber es wird auch wieder besser werden. Lasst uns zeigen, dass wir Raben uns nicht unterkriegen lassen. Schickt uns Fotos von Schulaktionen aus dem Halbjahr, an die ihr euch gerne erinnert. Ausflüge, Aktionen, Karneval, ganz egal. Oder schickt Fotos von euch zu Hause, wie ihr versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wir sammeln eure Fotos und erstellen daraus einen Film für Instagram. Schickt eure Fotos an schülersprecher.brs.at i-brs.g Wichtig dabei, mit Ui und alles in einem Wort. Natürlich denkt ihr daran, dass eure Eltern die Fotoerlaubnis am Anfang des Schuljahres unterschrieben haben. Also los, wir freuen uns auf eure BRS-Fotos. Bleibt gesund, wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.